Hä? Wolf! Das gibt's doch nicht. Junge, ich bin einfach in diesem Spiel. Moin Leute! Herzlich Willkommen zur Niederunde von YouTubers Live 2. Den ersten Teil habe ich auch schon in der Vergangenheit gespielt. Und ein weiteres Mal ist unsere Aufgabe, der krasseste YouTuber der Welt zu werden. Und das Geilste ist, dieses Mal bin ich, also ich bin in diesem Spiel drin. Zusammen mit German Let's Play. Wir haben so eine richtige Quest. Das werden wir uns auf jeden Fall heute angucken. Hier ist ein ganz kleines Bild. Guck mal, boah, ich seh voll krass aus. Auf jeden Fall, Leute, das Spiel ist ja so eine Art Live-Simulator. Zusätzlich werden wir sicherlich auch heute ein paar Abenteuer erleben. Und YouTubers Live gibt es ab dem 19.10. in digitaler Form für den PC, Nintendo Switch, PS4 und Xbox One. Also Leute, wenn ihr selber Bock habt, eine Runde YouTubers Live 2 zu zocken, dann klickt ganz oben auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Game nämlich schon vorbestellen. So Leute, jetzt wird aber eine Runde gezockt. Okay, da sind wir im Spiel. Ey, ich bin so gespannt auf diese Quest mit mir und Manuel. Oh, wo willst du leben? Im Hafen, das Chill-Out-Viertel, Innenstadt, das Hightech-Viertel. Oh, bekannt für seine Game-Stores, Computerläden. Wir gehen in die Innenstadt, Leute. Zocken und pumpen. Ah, jetzt, oh, ja, Körperbau. Ja, so ist gut. Augen. Ja, ich hab braune Augen. Gesichtsmerkmale. Ey, ohne Harry Potter. Wie geil. Oh, die Augenringe passen ja schon manchmal ganz gut, ne? So, Mund. Ja, ich bin immer am Lachen. Bart. Hab ich nicht. Ich hab immer nur so ganz leichte Mini-Stoppels. Frisur. Ja, das passt. Wenn ich mir selber die Haare schne... Ja, so. Oh, die Frisur ist cool. So würde ich gerne aussehen. Brille, brauche ich, Kopfhörer, Oberkörper. Achso, was... Ah, ja. Oh, ja. Hier ist ein Hoodie. Oh, ja. Das... Oh, das sieht geil aus. Äh, Hose. Ja, was bequem ist. Oh, Alter, wir sehen voll fresh aus. Schuhe? Nee, muss auch bequem sein. Ich bin einfach ein bequemer Typ. Ja, aber die Augenringe. Ich muss sagen, die müssen weg. So, so ist Paletto fresh. Ah, ich komm mit dem Zug. Ah, da ist Paletto. Alter, wie fresh ich bin. Yeah! Ja! Okay, das ist New Tube City. Scheinbar gibt es auch hier Tauben. Die mir auf den Kopf schweißen. Willkommen in New Tube City. Das ist dein neues Zuhause. Geil. Sie ist im Inneren nicht besonders groß, aber mach dir keine Sorgen. Später kannst du es nach Belieben dekorieren und verbessern. Und jetzt geh rein. Ich hab dir ein Geschenk da gelassen. Ach, ja. Ein Würstchen auf Toilette. Ich hab dir ein Geschenk da gelassen. Er hat nicht gespült. Sorry. So, ja, was ist denn mein Geschenk? Alter, was bist du? Ist das eine Drohne? Ja, Drone. System wird hochgefahren. Bip, bup, bip. Hallo, ich bin eine Kameradrohne. Dein persönlicher Aufnahmeassistent. Bitte gib mir einen Namen. Ich nenn dich Mini-Palud. Oh, nein! Nicht Mini! Ich wollte doch Mini-Paluden. Persönlichkeit wird geladen. Trottel. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich werde hier sein, um dich aufzunehmen und zu helfen, wann immer du mich brauchst. Okay. Schritt Nummer 1. Lerne, wie man Videos aufnimmt. Okay. Ja, danke Mini. Aber bevor du das tust, musst du einen YouTube-Kanal erstellen. Okay. Mein Name ist Paluden. Ja. Ja, und mein Kanal heißt auch Paluden. Wähle deinen Geburtstag. Tag 5. Ich habe im Winter Geburtstag, ja. Weil ich habe am 5. Januar Geburtstag. Was für ein schöner Name, Paluden. Ja, danke. Ich bin sogar im Spiel Mini. Möchtest du mich jetzt ausprobieren? Was langst du damit? Ach, krass. Nutze den Aufnahmenort, um deinen ersten Vlog für den Kanal aufzunehmen. Ach, Leute. Könnt ihr euch noch an meinen ersten Vlog erinnern? Hier ein Clip. Hinter uns sitzen auch gerade welche. Es ist ein bisschen peinlich, hier einfach zu stehen. Ich weiß gar nicht, wie Simon das immer macht. Oh, oh, oh. Du startest die Aufnahme. Ich bin ein bisschen schüchtern. Ich sage schüchtern. Hallo. Ein Poltergeist taucht auf. Du hast einen Lachkrampf? Das ist doch ein schlechter Scherz. Ja. Du vergisst das Skript. Dann lache ich erst mal, weil das wäre mir peinlich. Oh, ja. Wenn euch das gefallen hat, bitte abonnieren. Tschüss. Gut gemacht, Paluten. Jetzt müssen wir das Video auf YouTube veröffentlichen. Zuerst werden wir auf deinem Computer bei. Ja, okay, okay. Ja, Mini. Jetzt muss ich das hier wieder so zusammenfügen. Wenn du einen besseren PC mit mehr rendering Punkten hast, kannst du Video-Effekte kaufen. Uh. Okay. Ah, warte mal. Ah, das... Okay, okay, okay. Warte mal, warte mal ab. Diese Verbundstücke müssen immer ineinander passen. Ja, was ist denn, wenn ich die ver... Ah, ja, 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 okay. Die müssen... Ja, aber das ist noch nicht so gut. Ah, das ist alles nicht so einfach. Warte mal. Der hier. Dann der, weil dann habe ich zwei Punkte. Dann der. Und dann... Äh... Ah, ja, ja, nee, nee. Ich glaube, so... Das ist die maximale Punktzahl. Ich habe jetzt 32 Punkte. Mehr geht, glaube ich, nicht. Ja, das ist das Maximale. So, Video veröffentlichen. Wähle ein Thumbnail. Ja. Titel. Den Titel finde ich ganz gut. Fünf Gründe, über zu Hause zu reden. Sehr gut. Ich lade mein erstes Video hoch. Was denn? Junge, du hast doch drei Likes bekommen. Junge, ich hatte bei meinem ersten Video keine drei Likes. Du musst positiv bleiben. Jeder muss mal... Muss mal klein anfangen. Ist einfach so. Davon darf man sich nicht unterkriegen lassen. Wenn du mit einem Skript aufnimmst, verbessert sich die Qualität. Ja, ja, lass uns das mal ausprobieren. Ja, ja, für die... Ja, ja, ja. Die ersten 30 Abonnenten. Ist das jetzt mein Ziel? Ah, ja. Hier unten rechts sehen wir es. Erreiche 30 Abonnenten. Schaffe ich. Ja, ich mache jetzt volle Energie. Achso, ah, hier sehe ich das. Was das teilweise dann bringt. Oh, hier kriege ich aber drei Pluspunkte. Okay. Oh, ja, hier kriege ich vier. Baller ich hoch. Let's go. Mini verliert die Batterie. Ja, das muss auch lustig sein. Zack, let's go. Oh, wir haben überall einen Stern. Äh, genau. Jetzt müssen wir wieder bearbeiten. Oh, das sieht gut aus. Das klatscht ordentlich zusammen. Let's go. Alter, wir haben viel mehr Punkte bekommen. Äh, Thumbnail. Ja, hier mit Feuer, Alter. Ja. Er ist jetzt heavy. Oh, guck dir das an. Da gehen die Abonnenten hoch. 69 Abonnenten haben wir. Leute, ganz kurze Info. Ich spiele gerade noch eine Early Access Version von dem Game. Das Spiel ist eben abgeschürzt und ich musste nochmal von Anfang an anfangen. Mir wurde aber von den Entwicklern versichert, dass das in der Vollversion oder in der finalen Version am 19. nicht passiert. So, stelle eine Gaming-Ecke in deinem Zimmer auf. Wechsle in den Dekorationsmodus. Ah ja, Möbel hinzufügen. Ah ja, eine Gaming-Ecke. Ja, ich packe die hier in die... Ja, hier hin. Alter, perfekt. Du hast jetzt deine Gaming-Ecke eingerichtet. Jetzt baust du nur noch ein Spiel und eine Konsole und schon kannst du anfangen, Gaming-Videos aufzunehmen. Alter. Übrigens, ich habe dir ein Spiel und eine Konsole bestellt. Geh und sprich mit Blair, dem Mädchen im Game... Hallo, im Gaming-Laden. So, Blair. Paletto, komm. Okay. Ah ja, hier ist der Laden. Hallo, Blair. Kann ich dir irgendwie... Ich bin einfach so hinter die Ladentheke gelaufen. Xaver hat mich geschickt. Okay, du bist also der neue YouTuber in der Stadt. Ja, das bin ich. Okay, hier hast du die Konsole Honey Playstation 1 und das Spiel Diety of War. Ja, wunderbar. Dankeschön. Tschüss. Okay, ja, Gameplay. Du startest und... Alter, ich sage schüchtern. Hallo. Du schaltest ein Skin frei. Ja, ich spiele zum Spaß. Ah, ich bin gestorben. Aber das macht nichts. Du machst eine technische Bemerderung. Jetzt baller ich nochmal den hier komplett hoch. Oder die hier rasten komplett aus. Ja, komm. Ich verabschiede mich. Bam, Alter. Ja, Gaming, das ist Paletto. Boah, guck mal, da kommen die Likes rein. Let's go. Auch ein bisschen in den Trends. Oh, Xavier. Hey, Paluten, es geht ein großes Gerücht um. Alle reden darüber. Angeblich werden in der Mantendo-Konferenz am 25. während der PlayCon-Festivals eine neue Konsole. Alter. Kannst du dir vorstellen, einer der ersten zu sein der Videos? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich muss zu dieser Kon... Ja, wie kann ich teilnehmen? Okay, es wird nicht einfach nur YouTuber der Bronze-Liga können teilnehmen. Oh, nein. Erreiche den Bronze-Liga-Status. Das wird, glaube ich, nicht einfach. Hä? Nein. Ha, 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 ha. Das gibt's doch nicht. Junge, ich bin einfach in diesem Spiel. Ach, ist das geil. Was bringt dich hier her? Ich habe keine Zeit für Erklärung. Ich brauche sofort Hilfe. Ich habe meinen Freund Jumelens Play verloren. Nein, Paletto. Wir waren auf der Suche nach einer magischen Goldmünze, die für die Rettung von YouTube-City entscheidend ist. Und auf einmal, bang, er war plötzlich verschwunden. In YouTube-City geschehen seltsame Dinge. Mein Instinkt als Diamantjäger sagt mir, dass er die Münze vielleicht auf einem Markt für Antiquitäten und seltene Gegenstände sucht. Alter, okay. Leute, jetzt geht's los. Das ist das Wichtigste. Gehe zum Treasure-Truck am Hafen. Okay, wir müssen sofort zum Treasure-Truck. Danke, Paluten. Das ist echt cool. Heute ist Gameplay. Ich weiß. Es geht aber nicht immer alles im Leben um Abonnenten. Es geht auch darum, den krassen YouTuber-Piloten zu helfen. So, okay. Wir sind beim Hafen. Wo könnte hier ein Truck sein? Weil das war doch die Aufgabe. Hier. Hier ist ein Truck. Hallo. Da ist der Treasure-Truck. Hallo, wonach suchst du? Ich bin auf der Suche nach einer altmodischen... Verkauf sie auf der Web von mir. Genau, einer Goldmünze. Ah, verdammt, wie schade. Ich hatte bis vor einer Sekunde eine sehr seltsame Münze. Eine Gold... Du kommst zu spät. Ein sehr seltsamer Mann mit einer weißen Maske war zuerst daran interessiert. Aber dann kam Gianni, dieser Hai, der alles kauft. Ja, aber wo ist denn jetzt Gianni? Ah ja, hier oben. Da ist Gianni. Wir müssen nach oben und dann nach rechts. Manuel, ich komm. Da, da ist Gianni. Manuel! Manuel! OMG, das ist der bekannte YouTuber und Tower-Defense-Experte. German, let's play. Entschuldigung, ich weiß, dass du mich gesucht hast. Als ich hier ankam, habe ich sofort eine SMS geschickt. Ja, so hört sich Manuel in meinem Kopf an. Und darum gebeten, mich zu treffen. Er ist bereits in der Boutique. Eine Invasion von interdimensionalen Wesen, die alle Gebäude zerstören wollen, steht kurz bevor. Genau wie bei Tower-Defense. Wenn wir aber die magische Münze bekommen, können wir eine ganze Armee von Klumpis herbeirufen, um die Stadt zu retten. Das finde ich sehr gut. Wir haben einen Masterplan erstellt. Betrete die Boutique und stream ein Video. Ja, mach ich, Manuel! Okay. Ich geh rein. Stream starten. Das ist so geil. Ein Stream. Mach ich. Bereit? Weiß ich nicht. Ich bin live. Was muss ich denn machen? Ach so. Oh Gott. Oh. Ah. Jetzt weiß ich, was ich... Okay. Ich muss immer die Tasten drücken. Und zwar dann auch teilweise gleichzeitig. Ja, ja, ja. Okay. Jetzt... Ich hab's verstanden. Oh Gott. Das wird... Immer... Immer schneller. War gut. War ein guter Livestream. Video speichern. Yeah, guck mal. Palermo applaudiert mir. Vielen Dank für die Werbung für mein Geschäft. Das wird meine Popularität in der Stadt sichern. Dank dir habe ich die magische Münze bekommen. Hier, du hast es dir verdient, der Träger der Münze zu sein. Du wirst sie sicher gut bewachen. Danke. Es wird mir eine Ehre sein. Super Paluten. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Hier ist sogar einfach manual nicht da drin. Während wir in der Boutique waren, habe ich mir einen neuen Plan ausgedacht. Jetzt, wo wir die Armee... Äh, jetzt, wo wir die magische Münze haben, müssen wir eine Armee von Kloppis herbeirufen. Für dieses Ritual ist es notwendig, von Wasser umgehend zu sein. Oder es muss in einer sternenklaren Nacht durchgeführt werden. Okay. Der Strand von YouTube City wird dafür perfekt sein. Wir werden uns auf das Ritual vorbereiten. Wir sehen uns dort. Tschüss, Manuel. Tschüss, Palermo. Oh, Mann. Die beiden sind so cool. Ich habe auch gehört, sie sind beide sehr hübsch. So, ich bin am Strand. Manuel. Palermo. Ja, hallo. Für dieses Ritual ist es notwendig, von Wasser umgehend zu sein. Okay. Ach so, es ist jetzt noch... Ach so, es ist noch nicht Nacht. Oh, ich mache aber ein Selfie. Pose ändern. Und Foto machen. Let's go. Oh, ah ja, ich habe Hashtag Paluten und Hashtag German Let's Play getroffen. Posten. Ja. Oh. What? Junge, 3600. Alter. Let's go. Oh, es ist Nacht. Hallo. Hast du die magische Münze dabei? Ja, ich habe sie, Palermo. Entspann dich. Hier ist sie. Gut, dann lass uns das Ritual beginnen. Als ob. Mega-implische Klumpis von den Sternen. YouTube City ist in höchster Gefahr. Auf dem Wasser und unter dem Himmel, durch die Kraft dieser Münze, rufen wir euch herweil. Da kommen die Klumpis. So, wo ist denn jetzt? Komm her. Hiya, 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 hiya. Soll das ein Scherz sein? Eine Klumpi-Maske reicht nicht aus, um eine interdimensionale Invasion zu stoppen. Beruhig dich, Paluten. Ich habe eine Idee, die uns retten kann. Wie wäre es, wenn wir ein Video von Paluten mit der Maske... Ja, 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 ja. Ja, sehr gut. Finde ich gut. Eine Sache noch. Als Experte für Tower Defense Videospiele würde ich sagen, dass ich nach dem höchsten Gebäude in der Stadt suchen sollte. Ja. Die Tagagentur ist das höchste Gebäude. Ja, ja. Wir gehen dahin. Wir schaffen das. Wow. Was ich für Abenteuer erlebe mit den beiden. Wir müssen jetzt hier. Let's go. Video aufnehmen. Wow. Mit den beiden. Vlog. Okay. Ich mache erstmal... Ich komme mit Energie. Mit den beiden. Da kommt eh die Energie. Weil die beiden sind so cool. Ah, guck mal. Die applaudieren mir richtig. Wow. Das war unglaublich. Bei dieser Leistung wird kein Eindringling. Es wagen sich zu nähern. Ja, wir haben ein Video auf Diamantniveau erstellt. Paluten. Ohne dich wäre das nicht möglich gewesen. YouTube City steht in deiner Schuld. Du bist ein Top-Profi. Es war mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Danke, Maggie. Ich möchte, dass du meine Maske zur Erinnerung an die großartige Arbeit, die wir zusammen geleistet haben, behältst. Wow. Das war ein aufregender Tag. Oh, was habe ich hier? Da ist Edgar. Was für ein großes Abenteuer wir doch mit dir erlebt haben. Du bist etwas ganz Besonderes. Du hast viel Mut gezeigt und viele andere gute Dinge. Wir werden dich nie vergessen und wir werden für immer Freunde sein. Deshalb wollten wir dir ein paar Geschenke machen, die uns viel bedeuten. German Let's Play und Paluten. Richtig schön, wie sie unsere Ideen umgesetzt haben. Weil wir durften eben auch sozusagen unseren Input geben, wie soll sich diese Quest mit uns beiden spielen. Und ja, es war sehr, sehr cool. Ich würde sagen, das war es auf jeden Fall mit diesem kleinen Video zu YouTubers Live 2. Wenn ihr Lust habt auf mehr und euch das Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Wenn ihr das Spiel selber spielen wollt, dann guckt ganz oben in die Videobeschreibung. Das Spiel kommt am 19.10. raus. Könnt ihr jetzt vorbestellen für PC, Switch, PS4, Xbox One. Also Leute, danke fürs Zusehen und habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.